verhört werden in einem Verhörraum, weil man Diamanten geschmuggelt hat und Pistole an den Kopf gesetzt bekommen haben und dann beim Schuss der Pistole zum Höhepunkt kommen. Also es ist wirklich eine Fantasie, die mal ihm jemand beschrieben hat und er hat die sozusagen ausgefüllt. Was da auf jeden Fall klar ist, ist, dass du als Liebhaber damit absolut in bester Erinnerung bleibst. Also welcher Mann macht das schon? Also die Quote an Frauen, die diesen Mann weiterentfohlen haben, ihren Freundin war auffallend hoch. Ich merke, ich schaue mir immer und immer wieder die gleiche Art vom Porno an und ich habe das aber selbst noch nie ausprobiert in meinem Leben. Dann ist das schon so ein Moment von, ja, denk mal drüber nach, ob du dir das irgendwie selbst ermöglichen kannst. Denk mal drüber nach, okay, die Dreier-Situation oder die BDSM-Situation oder was auch immer da gerade bei dir los ist, solange es im legalen Rahmen ist, schau mal, ob du das irgendwie orchestrieren kannst, organisieren kannst im realen Leben und das kann auch tatsächlich ein Weg sein, wenn es darum geht, ein bisschen aus dieser ganzen Thematik auch auszusteigen oder Kontrolle darüber zu gewinnen über deinen Pornokonsum. Es kann ein Weg sein, das im realen einmal auszuleben, sodass es dann im Virtuellen auch seinen Reiz verliert, weil das ist ja die, das hat, dieser Reiz ist gerade deswegen so groß, weil es diese Komponente ist, die wir irgendwie nicht ganz genau beschreiben können und das ist halt, das ist halt alles auf dem Screen ganz geil, aber wenn du das wirklich mit, mit einer realen Erfahrung abgleichen kannst, mit Gerüchen, mit, mit der haptischen Sensation, mit, mit fühlen, mit schmecken, dann, dann hast du dazu einen ganz anderen Bezug, einen ganz neuen Bezug und dann kann es sein, dass du entweder sagst, okay, eigentlich ist es doch gar nicht so geil, das ist jetzt durchgespielt, das Bedürfnis oder dass du sagst, hey, im realen ist das so viel geiler, ich möchte jetzt tatsächlich weniger in der digitalen Welt abhängen und das viel, viel mehr im realen Kontext ausleben. Ich habe dazu, also das ist ja auf jeden Fall sehr Geschmackssache, da sage ich ganz ehrlich, das ist jetzt nicht jedermanns Fetisch, aber ich kenne jemanden, der schreibt sich wirklich auf die Fahne, er kann jede sexuelle Fantasie erfüllen, also sozusagen zur Auslebung bringen und das sagt die Person deswegen, weil die das eben seit 30 Jahren macht, also das ist wirklich eine Leidenschaft von der Person, ja, und es gibt Grenzen, also klar, natürlich es gibt halt gewisse Grenzen, ja, wenn deine jetzt rede ich mal von richtig Hardcore-Fantasien von beim also so verhört werden in einem Verhörraum, weil man Diamanten geschmuggelt hat und Pistole an den Kopf gesetzt bekommen haben und dann beim Schuss der Pistole zum Höhepunkt kommen, also das ist wirklich eine Fantasie, die bei ihm jemand beschrieben hat und er hat die sozusagen ausgefüllt und das ist natürlich klar, wenn du das in der Realität machst, würdest du jemanden umbringen, geht nicht, das ist schon klar, so, das war ihm natürlich auch klar, der hat das jetzt nicht gemacht, aber was er halt schon gemacht hat, er hat sozusagen Näherungswerte geschaffen, dass er sich halt entsprechende Replikas besorgt hat und halt auch so einen Raum vorbereitet mit mehreren Leuten, dass ein Verhörsserinario stattfinden konnte und dass ab einem gewissen Punkt sozusagen ein Schuss emuliert wurde, er wurde natürlich nicht richtig geschossen, er wurde halt emuliert was halt dann der Fantasie zumindest möglichst nah herankam und die andere Person ist auch wirklich gekommen in dem Höhepunkt, es gab auch andere Szenarien, er meinte mal da war auch jemand, sie hatte den Wunsch irgendwie so als würde sie so durch den Weltraum fliegen und zum Höhepunkt, es ist so als würden ihr die Sauerstoff zuführenden Schläuche plötzlich so rausgerissen werden, also ne es war so ein bisschen so wie bei Matrix der Erwachung dabei, also und das ist natürlich so ganz schwierig das halt zu emulieren und er meinte, da musst du ja das Instrument Stimme nutzen, also Suggestionen bieten, ja du schaffst dann damit einfach Suggestionsräume nutzt, Requisiten dazu, um das möglich werden zu lassen und das Spannende dabei, also von ihm und auch für mich als Außensteher war vor allem, dass da präsentiert mir jemand so, das ist etwas Lustvolles, was irgendwie ein Kink ist im Kopf, was irgendwie geil ist und jetzt überlege ich mir, was für ein Szenario könnte ich denn da schaffen, um zumindest Näherungswerte hinzubekommen und er meinte, der hat für einige dieser Settings ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit gebraucht also wirklich so Ideen entwerfen, der hat natürlich noch einen anderen Job und so, der ist jetzt nicht Volltime damit beschäftigt, ja sondern ist ja schon Leidenschaft nebenher aber er meinte es schon so ja, teilweise muss man erstmal Ideen entwickeln und dann fängt man an, eine Kulisse zu schaffen zu bauen ja, also teilweise, also da gibt es dann auch so wo man da auch hingehen kann dafür und halt Logistik aufbauen und Ideen entwickeln und durchsprechen und so weiter und so fort und das ist natürlich nicht jedes Erlebnis von ihm ist so, es können auch Sachen spontan passieren, also die deutlich schneller sind, aber er meinte wenn es halt so richtig abgefahrene Geschichten sind, ich brauche halt Hirnschmalz und die ich, wie gesagt das ist jetzt nichts für jedermann in dem Zusammenhang ich halte das aber erstmal ein Stück weit für gesunder so von wegen, ich überlege mal nach nach konstruktiven Möglichkeiten, das auszunehmen und das zweite ist, das bringt dann halt wirklich in Situationen hinein sich einfach auch mit neuen Dingen auseinanderzusetzen ja, der hat dann halt angefangen, sich auch mit Tontechnik auseinanderzusetzen, weil er gemerkt hat, okay wenn ich die Person, der ich das ermöglichen gerade möchte, Kopfhörer aufsetze und ich spiele da verschiedene Tonfrequenzen rein und ich spreche dazu parallel noch in ein Mikrofon hinein, habe ich ganz ganz neue Möglichkeiten, jemanden auf eine Reise zu schicken, zum Beispiel ja, oder wenn es dann darum geht, irgendwie so Kälte zu emulieren also, was mache ich denn, wie kann ich Kälte simulieren und dann so Kältesprays durch den Raum führen, wo dann so Eiskristalle auf die Haut und so weiter, also jemand wünscht sich im Meer dahin zu fließen, ja wie mache ich das denn, so ein Erlebnis zu erschaffen und das habe ich vor allem viel rausgezogen, dieser Grad an Kreativität rein zu bringen gekoppelt mit den Komfortzonen-Erweiterungen die da drin stecken, ist auf jeden Fall also das ist jetzt nicht jedermanns Sache und das ist ja auch nicht meine Lebensexpertise, aber seien wir doch mal ehrlich mit der Person, und das weiß ich aus Erfahrung, kannst du dich tagelang sehr gut unterhalten und sehr gut unterhalten heißt, dass diese Person vor allem sehr viel erzählt und man selber nur davor steht, was zur Hölle wie hast du das gemacht und so am Ende seines Lebens, wenn er auf seinem Schaukelstuhl sitzt der hat viel zu erzählen auf jeden Fall und zwar nicht, weil er Pornos geschaut hat das hat er auch lange Zeit in seinem Leben und der hat im Übrigen auch festgestellt dass ihm diese Pornos sehr große Probleme gemacht haben und hat deswegen auch einen langen Leidensweg hinter sich da raus zu kommen und das war ein Ergebnis daraus dass er gesagt hat, okay, wie transportiere ich das in die Realität hinein und das ist ja auch so viel Entwicklung die für ihn stattfinden kann dadurch, dass er so viel dann so kreativ werden muss wie du gerade sagst, also ich habe gerade schon gute neue Ideen allein aus dem was du jetzt gerade erzählt hast oder von ihm berichtet hast dass du schon ein paar Ideen bekommen und ich mache vor allem diesen Ansatz von per Audio etwas aufnehmen und voraus und daraus ein Szenario kreieren das finde ich sehr, sehr spannend nehme ich mal für mich mit dieses, was da ja alles möglich ist also dieses ich kann eine ganz andere ich kann meine Spielgefährtin da in eine ganz andere Landschaft entführen oder noch andere Menschen mit dazu holen oder ein ganz anderes Zeitalter entführen und das ist ja da geht ja richtig geht ja ganz viel ab und das ist nur eine einzige Sache die ich machen könnte schon toll ich hatte mal jemanden das war noch bevor ich gecoacht habe also so professionell gecoacht habe das war so jemand den habe ich einfach kennengelernt und bis dem in guten Austausch gewesen und der hat mir irgendwann mal geschrieben so hey Martin, pass mal auf meine Freundin kommt morgen wieder nach Berlin und die hat irgendwie die hat einfach Bock dass die gerne mal das ausnehmen würde sozusagen sie wird verführt auf der Straße von also von ihm und zwar und sie ist aber so eigentlich erst 17 und er verführt sie und hat sozusagen das erste Mal Sex aus der die Jungfräulichkeit hinein da ist ja verschiedene Komponenten mit dabei und die kamen nicht morgen sondern die kamen wie so ein paar Tagen und meinte so hey ich hatte irgendwie so einen Impuls dir das zu erzählen also mir Martin hast du irgendwie Ideen was ich da machen könnte das war großartig ich habe mich mit dem getroffen und wir sind eine Stunde zwei Stunden umher gelaufen und haben sozusagen ein sexuelles Storyboard entworfen wie das ablaufen kann was da passieren könnte und das war also ich habe Spaß dabei gehabt aber für ihn war das wirklich so der Shit also war wirklich so alter wie krass und er hat am Ende von all den Dingen die wir da entworfen haben glaube ich ich habe nur so ein Drittel davon umgesetzt ja aber er meint er hat wirklich auch so die 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 Augen die die Partnerin plötzlich dann dabei hatte also die hat die hat damit gar nicht gerechnet was da kam um mal so ein kleines Detail daraus zu geben also vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen so ein kleines Detail ich meinte zu ihm so ja du lernst dich auf der Straße kennen und dann geht er irgendwie ja nach Hause zu dir und dann ne verführst du dich ja so ein bisschen und wie krass wäre das denn wenn du so eine Art wie so eine Art sexuelles Spielzeug Tablett hast also irgendwie so ein so etwas und ich kenne Freunde von mir die haben wirklich die haben so ein Schubladensystem und da sind irale Sexspielzeuge drin wie so eine Art Werkzeugkoffer deiner Lust so und wie wäre es wenn das so da platziert ist und du anfängst mit der Frau so ein bisschen rum zu machen und sie einfach so beiläufig zu erzählen schau mal das sind meine Spielzeuge ja mit denen ich ganz gerne spiele und da ist dann so ein Dildo dabei ein bisschen Gleitgill ist dabei Kondome das sind die klassischen 0815 Dinger und dann ist dazwischen vielleicht einfach so eine Rolle Ducktape ja und vielleicht für einige wird das jetzt sehr speziell sind vielleicht so ein paar klinische Nadeln die dazwischen sind so diese Blutabnehmernadeln liegen dazwischen ich meine so einfach das nur dahin zu legen was das halt im Kopf macht wenn sie das sieht dann passiert was zur Hölle so das sind ganz viele normale Sachen die auch so ja lustvoll konnotiert sind dann sind diese anderen Sachen mit denen sie gar keinen Bezug dazu hat sondern eher abneigenden Bezug dazu und es ist auch so unkomitiert das sind so sexuelle Spielzeuge mit denen spiele ich in verschiedenen Situationen da passiert ja im Kopf plötzlich sowas da wird sozusagen Angst und Unsicherheit ausgelöst und gleichzeitig aber auch eben die lustvolle Ekstase da drin ihr Gehirn übernimmt ja den Rest in dem Moment ganz genau das interpretiert dann alles und schaut okay gut das ist jetzt geht jetzt hier um Lust okay was kann ich denn Lustvolles damit machen oder was kann er Lustvolles mit mir damit machen genau und natürlich klar ist das ist jetzt keine Anleitung für alle Begegnungen die du mit Frauen hast weil für einige Frauen würde das jetzt total den Rahmen sprengen die würden sofort sozusagen oh Gott halt stopp warte 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 so da rausgehen aus diesem Modus und das erfordert dann halt ein Fingerspitzengefühl zu checken in seinem Fall war das eben so die Partnerin war schon so die würde sich davon nicht sofort aus dem Rahmen raus begeben sondern die hat das einfach nur wahrgenommen okay krass was ist das jetzt aber ist aber bleibzeitig in dieser Lust drin geblieben und so mal schauen wie der Film jetzt weitergeht und genau das ist so dieser dieser grenzwertige Bereich wo der Kopf Film einfach ganz also nochmal PS dazu macht in das ganze Spiel ja wo es so ein paar Etagen tiefer geht oder die Lust halt ein paar Etagen nach oben geht weil jetzt plötzlich wie hat das der der von dem ich jetzt gerade viel erzählt habe der sozusagen dass sich auf seine Fahne schreibt jegliche sexuelle Sachen in die Realität umzusetzen der meinte das ist wenn Angst sich in Ekstase wandelt das ist ein ganz besonderer Moment ja und das war so ein bisschen damit so angedeutet da drin ja aber es erfordert viel Fingerspitzengefühl und ja was da auf jeden Fall klar ist ist dass du als Liebhaber damit absolut in in bester Erinnerung bleibst oder dass du als Liebhaber ein ganz besonderer ja in Erinnerung bleibst das heißt also welcher Mann macht das schon welcher Mann gibt sich die Mühe solche Szenarien zu entwickeln das kann so viel Spaß machen das ist ja keine Arbeit in dem Sinne sondern mich damit zu befassen und mich mit meiner Lust zu befassen mich mit ihrer Lust zu befassen daraus kann kann so viel Schönes entstehen und damit auch wenn wenn die Beziehung irgendwann vorbei sein sollte oder die Affäre irgendwann vorbei sein sollte daran wird sie sich immer erinnern ja und jetzt das ist natürlich was was also da schlackern jetzt natürlich viele Ohren von Männern wenn sie das hören also die Quote an Frauen die diesen Mann weiter empfohlen haben ihren Freundinnen weil auffallend hoch und natürlich damit wirst du jetzt nicht jede Frau abholen aber ich meine das sind natürlich auch schon sexuell ein bisschen auch offenere Frauen verspieltere Frauen und so weiter also da geht es ja schon ein bisschen auch ab und er meinte halt schon ja das ist halt regelmäßig vorgekommen dass dann sich eine andere Frau plötzlich gemeldet hat und gesagt hat hey du ich hab irgendwie den Kontakt bekommen von boah die meinte der ist ein cooler Typ und muss sich kennenlernen und so ach ich jetzt neugierig so also quasi wenn Frauen die Akquise für dich betreiben so ein Stück weit in diese Richtung schöner Sweet Spot ja 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 das ist so ein bisschen der Rocken das Rockstar Phänomen ohne aber auf der Bühne zu stehen einfach nur weil das Erlebnis so krass war und natürlich es gibt das glaube ich nicht bei allen Frauen das ist ja auch so eine typabhängige Sache also der hat schon relativ klar hervorgebracht dass sein Lebensbeziehungsmodell jetzt nicht strenge Monogamie ist also da ist er halt schon ein bisschen anders unterwegs anyway das also ich finde es geht ja um das Thema Positives aus Pornos rausziehen und einfach mal diese diese Brille dabei aufzusetzen und sich zu überlegen hey wie kann ich das was ich da sehe noch also real in mein Leben hineinbringen und was kann vielleicht sogar darüber hinaus in mein Leben gebracht werden weil es ist weil man es einfach gar nicht sehen kann weil es nicht visuell ist ja ja und und an jeden an jeden der Zuhörer gerade lass dich da gerne inspirieren hol dir das das ist wirklich du kannst dort eine Menge lernen du brauchst noch einen anderen Blick drauf du kannst es weiterhin ich sag es mal gehässig blind und taub irgendwie weiter konsumieren und einfach einfach dich da durchballern dir einen abschlackern und gut ist oder du schaust es dir einigermaßen bewusst an oder zumindest ab und an so hey ich schaue jetzt mal ich suche gezielt nach Sachen und ich analysiere mal was mache ich denn konkret an und das werde ich jetzt gezielt umsetzen in der nächsten Zeit und ich bringe es erst mal dann 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 ich dann 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 ich ich